Herzlich Willkommen zum neuen Alkohol-Floor. Heute sind wir in der Station Unterföhring bei Hermann-Poschanik und das, was ihr da im Hintergrund seht, ist es unser Filmteam. Wir drehen heute nämlich einen Film zum Thema Berufsmode. Lasst euch überraschen! Ich zeige euch, wie wichtig die Alkohol-Büros-Mode ist. Frau Jolditsch, hallo! Wie ist es? Super! Macht es Spaß? Ja, es macht schon Spaß. Es ist lustig und interessant, aufregend. Ähm, chaotisch? Ja, pssst! Okay, pssst! Toll, dass ich für euch Regie mache. Und jetzt zeige ich euch mal einen echten Alkohol-Fan. Kommt mit! Nummer eins bei uns, weil es wirklich schön ist. Das ist unser Stammlokal. Ganz toll bei euch. Die Brezen sind spitze, die Getränke sind gekühlt. Ach, aber besonderer Fan bin ich von einer Waschstraße. Wir haben so schöne, sanfte Lamellen und ich bin früher schon über meinen Oldtimer durchgefahren. Das war's für heute. Chauspieler sind müde und kaputt. Es war aufregend hier und ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, wie wir so unsere Schulungsfilme erstellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Heute wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Passt gut auf euch auf. Servus und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.